Robin hier von Post Professionals. Hier für euch ein Kapitel aus einem meiner längeren Videos, zu dem ihr alternativ auch hier oder in der Beschreibung den Link findet, wenn ihr lieber alle Themen am Stück schauen wollt. Und wenn du neu hier auf dem Kanal bist und nach einem umfassenden Training für Final Cut Pro auf Deutsch suchst, wo du wirklich alles Wichtige über Final Cut Pro lernen kannst, was es zu lernen gibt, dann schau gerne bei uns auf der Seite vorbei. Der Link dahin auch in der Beschreibung. Jetzt aber frohes Lernen! Zu Beginn möchte ich über das jetzt deutlich erweiterte Proxy Media Management sprechen. Ich für meinen Teil weiter schon lange darauf und habe auch viele Male Feedback dazugegeben. Es ist also großartig zu sehen, dass Apple zuhört. Während der Proxy Workflow von Final Cut Pro bis jetzt nicht gerade schlecht war, war es Mangels Optionen hauptsächlich etwas umständlicher, als viele es gerne hätten. Man konnte zum Beispiel nur Proxys in ProRes Proxy transkodieren und es war auch immer genau die Hälfte der ursprünglichen Auflösung. Was im Allgemeinen ja okay ist, aber wenn man eine Menge oder vielleicht sehr hochauflösende Medien hatte, die man transkodieren wollte, führte dies noch immer unweigerlich zu einer ganzen Menge Daten. Etwas, was man besonders dann nicht gebrauchen kann, wenn man diese Dateien bzw. Mediatheken beispielsweise über das Internet mit jemandem austauschen möchte. Oder sagen wir, man wollte seine Original- und oder optimierte Medien auf einer externen Festplatte oder einem Server zurücklassen, um zum Beispiel nur die Proxy-Medien lokal in seiner Final Cut-Mediathek auf einem MacBook Pro mitnehmen, um sein Projekt mobil zu schneiden. Bisher bedeutete dies eine ganze Menge Gefummel. Unter anderem, weil man nur alle vorhandenen Medien gleichzeitig und an ein und denselben Ort zusammenlegen konnte. Also ja, ich denke, man sieht, wie da noch Luft nach oben für Verbesserungen war. Und die haben wir jetzt mit Version 10.4.9 bekommen. Schauen wir uns zunächst den Workflow im Allgemeinen an. Dafür habe ich dieses Projekt, was zwar nicht gerade riesig ist, aber es ist immerhin noch 140 GB groß, was für ein MacBook zum Beispiel, das nicht über viel internen Speicher verfügt, bereits zu groß sein könnte. Nehmen wir also das zuvor beschriebene Szenario an, dass ich dieses Material lokal als Proxy mitnehmen möchte, während ich die Original-Medien auf einer externen Festplatte oder einem Server im Büro zurücklasse. Wenn ich die Mediathek einmal in der Seitenleiste auswähle und im Informationsfenster auf den Einstellungen verändern-Knopf für die Speicherorte klicke, sehen wir, dass alle Medien, das heißt alle importierten, Proxy und optimierte Medien in die Mediathek kopiert werden. Ich breche mal ab und normalerweise könnte ich natürlich einfach die Proxys beim Import erstellen, was ich in diesem Fall aber nicht getan habe. Um sie nachreglich zu generieren, gehe ich einfach in mein Ereignis und wähle alles mit Command-A aus. Aber bevor ich transkundiere Command-Klicke ich mal absichtlich auf diesen C008-Clip, um es abzuwählen, was sich anhand der verwendeten Medienbereiche anzeige am unteren Rand des Clips weiß in diesem Projekt verwendet wird. Damit kann ich euch gleich noch eine brillante neue Option in Final Cut Pro zeigen, was das Ganze angeht. Jetzt kann ich mit der rechten Maustaste auf eines davon klicken und Medien umkodieren wählen. Und damit öffnet sich das neue Fenster für die Medien umkodieren Option. Hier kann ich neben den üblichen optimierten Medien, die ich in diesem Fall aber nicht auswählen kann, da mein gesamtes Material bereits in ProRes 4 zu 2 vorliegt, weiterhin Proxy Medien erstellen. Aber sobald ich diese auswähle, sehen wir das worum es hier geht. Nämlich neben der üblichen Option in ProRes Proxy zu transkodieren, gibt es jetzt eine zusätzliche Option für H.264. Aber nicht nur das, darunter habe ich sogar ein zusätzliches Pop-Up-Menü, in dem ich aus einer Vielzahl von Skalierungsoptionen auswählen kann. Denn wie ich eben schon erwähnte, die Standard-ProRes Proxy Dateien, die bisher als einzige Option zur Verfügung standen, waren nicht nur hochkomprimiert, sondern eben auch immer genau die Hälfte der ursprünglichen Auflösung. Sie sind aber auch nicht annähernd so hochkomprimiert wie H.264, da ProRes ein sogenanntes iFrame-Only-Codec ist mit einer Farbtiefe von 10 oder mehr Bit. Wenn ich allerdings ins Pop-Up-Menü schaue, können wir sehen, dass wir jetzt Proxy Dateien mit ihrer eigentlichen Auflösung oder mit 50, 25 oder sogar 12,5 Prozent ihrer ursprünglichen Auflösung erstellen können. Darunter haben wir sogar drei bis zu Auflösungen, die wir auswählen können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bis zu 1920x1080 wähle, wird alles, was größer ist, verkleinert und alles, was bei oder unter dieser Auflösung liegt, bleibt so wie es ist. Also auch unter bestimmten Umständen äußerst hilfreich. Es gibt bei dem Ganzen allerdings auch ein paar Einschränkungen. Um zu zeigen, welche das sind, wähle ich mal H.264 mit 50 Prozent und klicke auf OK. Und bingo. Da ich tatsächlich einen Clip in dieser Mediathek habe, der HDR ist, wird mir diese Meldung angezeigt, indem mir mitgeteilt wird, dass alle Medien mit hohem Dynamikumfang in ProRes Praxis transkodiert werden, da H.264 nur eine Farbtiefe von bis zu 8 Bit unterstützt. Das heißt, wenn dieser auch in H.264 transkodiert werden würde, würde es zu unerwünschten Darstellungsfehler führen, womit zum Beispiel Farbkorrekturen beim Zurückschalten auf die Originalmedien komische Ergebnisse liefern würden oder könnten. Ich klicke einfach auf OK und lasse es rendern. In der Zwischenzeit habe ich auch mal als allgemeine Referenz alles in ProRes Proxy mit einer Auflösung von 50 Prozent transkodiert, wie es bisher der Fall war, sowie zu H.264 mit 50 Prozent zum Vergleich. Nochmals zur Erinnerung, wie ich eben gezeigt habe, die Originalmediathek mit nur den Originalmedien war 140 GB groß. Nun, dieselbe Mediathek mit nur den ProRes Proxy Medien schlägt mit knapp 8 GB zu Buche. Mit den H.264 Proxys war dieselbe Mediathek allerdings nur noch 2 GB groß. Und das ohne wirklich erkennbaren Qualitätsunterschied. Mit anderen Worten, wir reden von 25 Prozent der bisherigen Proxy Größe mit H.264 und selbst die Transkodierungszeiten waren für beide Versionen nahezu identisch. Für die Transkodierung von allem wurden jeweils ca. 14 Minuten benötigt. Man muss sich also nicht mal entscheiden, ob Größe oder Zeit in einem solchen Fall der wichtigere Faktor ist. Man könnte sogar H.264 Proxys in voller Auflösung erstellen und hätte immer noch nur etwa die Hälfte der Datenmenge. Natürlich kann das Ganze je nach Material und Hardware hinsichtlich Zeitaufwand und Datenmenge entsprechend variieren. Einmal fertig kann ich jetzt wie immer in das Darstellungsmenü für den Viewer gehen, um zu meinen Proxys zu wechseln. Aber wie wir sehen können, mit 10.4.9 gibt es hier einige sehr interessante Änderungen. Neben der üblichen Optimiert Original Option wurde einmal die Proxy-Einstellung in NUR Proxy geändert, denn jetzt gibt es auch eine Proxy-Bevorzugen-Option. Wofür ist das also? Wenn wir uns erinnern, habe ich beim Transkodieren absichtlich einen meiner Clips übersprungen. Wenn ich nun also Proxy-Bevorzugen auswähle, habe ich zwei Vorteile. Eine davon ist, dass dieser eine Clip zwar keine Proxy-Datei hat, aber trotzdem nicht offline geht, also nicht als fehlend angezeigt wird. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich zu einem Projekt wechsle, das überhaupt keine Proxys hat, auch dort nichts offline geht. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich fand es ziemlich nervig, dass ich ständig zwischen den Darstellungsmodi hin und her wechseln musste, je nachdem welches Projekt ich offen hatte und nicht wollte, dass alles bei dem einen oder dem anderen als fehlend angezeigt wurde. In diesem Fall habe ich tatsächlich auch per Feedback darum gebeten, die jeweiligen Modi auf Projektebene und nicht global einstellen zu können. Aber diese Lösung muss ich sagen, ist meiner Meinung nach noch viel besser. Wenn ich also zum Darstellungsmenü zurückkehre und nur Proxy auswähle, kann ich sehen, was ich vor dieser Option gesehen hätte, nämlich dass einer meiner Clips offline geht. Mit anderen Worten, wenn ich dies auf Proxy bevorzugt zurücksetze, verwendet Final Cut immer das Proxy eines Clips, falls vorhanden. Und wenn nicht, wird standardmäßig das optimierte beziehungsweise Originalmaterial verwendet, je nachdem was verfügbar ist. Dies wäre beispielsweise auch in einem Szenario hervorragend, in dem man einfacher zu bearbeitendes, das heißt performanteres Material wie ProRes oder H.264 mit weit schwieriger abzuspielendes Material wie Red, Canon RAW oder sowas wie 10-bit Panasonic Material mischen muss. Denn all die genannten werden nämlich im Original auf den meisten Macs-Abspielprobleme haben. Besonders Red. Da könnte man jetzt einfach nur das Problemmaterial transkodieren und nutzen, ohne dass alles andere offline geht. Wobei ich erwähnen sollte, dass es Updates für zum Beispiel Red und Canon RAW gibt, die ich persönlich noch nicht testen konnte, aber eigentlich davon ausgehe, dass sie für Metal optimiert wurden. Das heißt, selbst für diese sind Praxis möglicherweise viel weniger notwendig geworden. Wir werden's sehen. Übrigens, wenn man sich entweder im Proxy bevorzugt Modus oder im nur Proxy Modus befindet und einen bestimmten Clip in der Mediathek auswählt oder nur überfliegt und dieser Clip in Proxy vorliegt, sieht man über dem Viewer wie auch im Informationsfenster des Clips eine Proxy-Anzeige. Auf diese Weise kann man also immer schnell erkennen, ob man sich die möglicherweise viel schlechtere Version des Mediums ansieht. Damit sehen wir auch, dass mein C008-Clip wie erwartet keine Proxy-Version hat. Zurück zu unserem kleinen Workflow-Szenario, in dem wir unsere Original-Medien zurücklassen und nur die jetzt generierten Proxy-Medien mitnehmen möchten. Welche Option habe ich mit 1049? Nun, wie ich zuvor erklärt habe, wenn ich in früheren Versionen bereits alle optimierten und oder Proxy-Medien generiert hätte, würde alles genau an derselben Stelle landen, nämlich an dem Ort, den ich in den Speicherort der Einstellungen der Mediathek definiert habe. Und sie nachträglich in verschiedene Orte zu trennen, war ziemlich umständlich und fummelig. Das hat sich alles geändert. Im Gegensatz zu früheren Versionen, in denen das Klicken auf Zusammenlegen für die Mediathek nur die Optionen zum Zusammenlegen optimierter Medien und Proxy-Medien gemäß den aktuellen Einstellungen bot, wird durch Klicken auf Zusammenlegen in 1049 jetzt ein erweitertes Dialogfenster geöffnet mit ein paar zusätzlichen, viel praktischeren Optionen. Im Gegensatz zu nur zwei Optionen aus den vorherigen Versionen hat man jetzt nicht nur die Möglichkeit, auch die Original-Medien zusammenzulegen, sondern ich kann auch hier auswählen, wohin sie zusammengelegt werden sollen. Wenn zum Beispiel meine Mediathek derzeit so eingestellt ist, dass meine Medien in die Mediatheke selbst kopiert werden sollen, ich das aber gar nicht möchte, muss ich hier nicht erst abbrechen und zu den Mediathekseinstellungen zurück, um sie zu ändern. Ich gehe einfach in dieses neue Medienziel-Popup-Menü und wähle das gewünschte externe Ziel aus. Übrigens gibt es auch einen sehr praktischen neuen Menüpunkt für letzte Zielorte. Wenn ich also zuvor schon mal eins meiner Mediatheken anderswohin zusammengelegt habe, zum Beispiel auf einen externen Server oder Ordner, welcher noch zur Verfügung steht, möglicherweise einen, den ich ständig verwende, habe ich von hier aus einen schnellen und einfachen Zugriff darauf. Ich habe keinen, also wähle ich einfach auswählen und erstelle einen Ordner auf meiner externen Festplatte und nenne es mal Server, damit wir so tun können, als würde alles auf einen Server gehen und wähle diesen aus. Zurück in unserem Fenster mit den Optionen kann ich jetzt entscheiden, Original, Optimierte und oder Proxy-Medien einzeln einzuschließen. Ich sehe auch, dass der Standardspeicherort für die Mediathek hiermit auch auf Server geändert wird. Für den Anfang werde ich also Original und Optimiert auswählen, auch wenn in diesem Fall beide gleich sind, ohne Proxys und auf OK klicken. Jetzt wird alles von diesem Medium auf meinen in Anführungsstriche Server kopiert. Sobald dies erledigt ist, um sicherzustellen, dass ich keinen meiner Proxys zurücklasse, klicke ich erneut auf Zusammenlegen, setze es wieder auf meine Mediathek zurück, wähle diesmal jedoch nur die Proxy-Medien und klicke erneut auf OK. Und das passiert. Und zwar weil ich, wenn ihr euch erinnert, als ich alles in meiner Mediathek transkodiert habe, absichtlich einen Clip weggelassen habe. Das neue Proxy-Management von Final Cut erkennt, dass für einige Clips keine Proxy-Medien existieren. Und wenn meine Umkodierungseinstellungen auf H.264 eingestellt sind, werde ich auch erneut daran erinnert, dass HDR-Clips in ProRes umkodiert werden müssen. Das ist natürlich genial, da ich jetzt einfach auf Umkodieren klicken brauche und mir sicher sein kann, dass nichts offline geht, wenn ich mich von meinem Originalmaterial trenne. Das gleiche wird übrigens sogar angezeigt, wenn man versucht Proxy oder sogar optimierte Medien einer Mediathek zusammenzulegen und überhaupt keine vorliegen hat. In diesem Fall würde also einige genau genommen keine bedeuten. Sobald das Umkodieren fertig ist, kann ich Final Cut Pro beenden und die Verbindung zu meinem sogenannten Server trennen, indem ich's einfach auswerfe. Wenn ich nun Final Cut neu starte und dieselbe Mediathek lade, die Darstellung auf Proxy bevorzugt eingestellt ist, wird alles als online angezeigt. Dies ist im Übrigen auch genau das gleiche, was jeder, den ich diese Mediathek senden sollte, diese gerade mal 2 GB große Mediathek nach dem Öffnen sehen würde. Ohne den Zugriff auf die Originale oder dass ein erneutes Verknüpfen nötig wäre. Aber das Geniale des neuen Proxy Workflows geht noch viel weiter, denn es gibt noch einige nicht so offensichtliche Änderungen. Manche, um die ich auch schon seit einer Weile bitte. Denn wenn ich mal meine Timeline überfliege, wird man sehen, dass ich am Anfang und am Ende ein paar Grafiken sowie einige Clips dazwischen mit Animationen habe, die ich in Motion erstellt habe, die allesamt einen Alpha-Kanal, das heißt eine Transparenz haben. Das Ding ist aber, dass bisher, nachdem sie in ProRes Proxy umcodiert wurden, sie ihre Transparenz verloren, da ProRes Proxy Alpha-Kanäle ja nicht unterstützt. Gleichzeitig aber auch H.264 nicht. Wie kann es also sein, dass ich die Transparenz noch sehe? Dies liegt an einer sehr intelligenten Neuerung im Proxy Workflow. Final Cut erkennt jetzt Medien wie diese, das heißt Grafiken, die Alpha unterstützen, in diesem Fall ein PNG, sowie Clips in ProRes 4444, was darauf hindeutet, dass auch diese einen Alpha-Kanal haben oder haben könnten. Es erkennt aber auch Audio-Dateien, die nicht transkodiert sind bzw. keine Transkodierung benötigen, wie zum Beispiel Wave-Dateien. Abgesehen von zum Beispiel MP3-Audio, was ja transkodiert werden würde, wären diese bis jetzt auch offline gegangen, wenn sie die Verbindung zu den Original verlieren, da keine Proxy-Versionen vorhanden sind. Auch hier, da Final Cut sie zunächst nicht einmal transkodiert bzw. transkodieren brauchte und dies auch nie getan hat. Wie kann es also sein, dass ich sie sehe, wenn ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal mit meinen Originalmedien verbunden bin und nur Proxys in meiner Mediathek zusammengelegt habe? Nun, da Final Cut erkennt, dass diese Dateien keine eigenen Proxys erhalten, werden Kopien der Originale zusammen mit den anderen tatsächlichen Proxys zusammengelegt. Diese Originale werden dann vom Prinzip her unter der Haube, wenn man so will, sowohl als Original- als auch Proxy-Versionen gekennzeichnet. Tatsächlich funktioniert das Ganze sogar von Anfang an, also schon bevor man überhaupt Proxys generiert. Einfach mal ausprobieren. Einfach ein beliebiges Projekt mit Clips oder Bildern mit Alpha-Kanal oder Wave-Dateien auf nur Proxy umstellen und alle, bis auf diese Medien, werden als fehlend angezeigt. Also kein mühsames Hin- und Her-Wechseln zwischen den Anzeigen-Modi mehr. Aber das Beste ist eben, ich habe keine unsurchsichtigen Clips mehr, die eigentlich transparent sein sollten. Etwas, was einem echt den Tag ruinieren konnte, wenn es passierte und für das es auch in früheren Versionen keine wirkliche Lösung gab. Das ist also eine wirklich clevere und äußerst willkommene Verbesserung. Übrigens stehen mir alle Umcodierungsoptionen, die ich per Rechtsklick zum Umcodieren der Medien nach dem Import im Ereignis gezeigt habe. Natürlich auch im Import-Fenster zur Verfügung für das Umcodieren beim Import. Die Seitenleiste im Import-Fenster wurde im Übrigen ebenfalls ein wenig aufgeräumt und optimiert. Aber die Neuigkeiten, was das Ganze angeht, hören noch nicht einmal da auf. Es gibt zwei zusätzliche, sehr coole Verbesserungen beim Proxy-Workflow, die nicht ganz so offensichtlich sind. Das Erste ist, wenn ich hier in das Ablagemenü gehe, um meine Medien neu zu verknüpfen, habe ich hier jetzt ein neues Untermenü mit zwei Optionen. Ich kann also meine Original-Medien und meine Proxy-Medien separat neu verknüpfen. Das heißt, dass Final Cut jetzt auch das Verknüpfen mit Proxies erlaubt, die mit anderen Tools also nicht von Final Cut selbst erstellt wurden. Damit bin ich nicht mehr auf die in Final Cut integrierten Proxy-Optionen beschränkt. Ich kann jede Art von Proxies, die ich möchte, mit einer anderen App oder einem anderen Dienst erstellen und mit diesem neuen Befehl mit meinem Projekt verknüpfen. Zum Beispiel habe ich mal Kino verwendet, um 10-Bit H.265 bzw. H.E.V.C. Proxies mit einer Skalierung von 50% zu erstellen. Jetzt kann ich einfach Dateien erneut verknüpfen und dann Proxy-Medien auswählen. Klicke dann auf Alle suchen, navigiere zu dem Ordner, in dem ich sie gespeichert habe, klicke auf Wählen und kann sehen, dass alle Dateien übereinstimmen und muss nur noch auf Dateien erneut verknüpfen klicken. Und bingo! Damit arbeite ich jetzt mit den H.E.V.C. Proxies. Wenn ich das überprüfen möchte, kann ich eine weitere Neuerung beim Proxy-Workflow verwenden, nämlich mit der rechten Maustaste auf einem beliebigen Clip klicken. Und hier habe ich jetzt nicht nur einen Befehl zum Anzeigen im Finder, wie bisher auch, sondern nun auch ein separates Proxy-Medien im Finder-Anzeigenbefehl. Wenn ich das auswähle, öffnet sich der Ordner, den ich gerade ausgewählt habe. Das Umcodieren in H.E.V.C. auf so ziemlich jeden Mac dauert natürlich erheblich länger. Nämlich fast 2 Stunden für 27p-Versionen und 5 Stunden für halbgroße Versionen, also 2K-Versionen auf meinem MacBook Pro. Wiederum im Gegensatz zu den 14 Minuten für die anderen Proxies, aber ich spare noch mehr Platz. Sollte das etwas sein, das ich brauche. Bis zu weitere 50% je nach Materiale und Kompressionseinstellung. Ich kann sogar Proxies meiner Clips erstellen, die einen Alpha-Kanal haben, ohne den Alpha zu verlieren, da H.E.V.C. ja diese Option hat. Leider akzeptiert Final Cut Pro in dieser Version diese Version nicht als Ersatz. Auch wenn sich diese im selben Ordner befinden, bleibt Final Cut bei den Originalen, da diese, wie bereits erwähnt, bereits als Proxy sozusagen gekennzeichnet sind, sodass es für Final Cut nichts zu ersetzen gibt. Etwas, was nicht schrecklich ist und wahrscheinlich die große Mehrheit der User gar nicht erst betrifft, aber es wäre schön, dies in Zukunft vielleicht doch als Option zu haben. Und ja, da ist noch eine Sache. Last but not least. Apple hat den Inport von Proxymedien per XML ermöglicht, mittels Anwendungen von Drittanbietern. Mit anderen Worten, man kann damit einfach bereits vorhandene Proxymedien an Final Cut senden und mit einem Ereignis oder Projekt verknüpfen. Beispielsweise könnte ein Onset DIT einen Dienst verwenden, der neues für Material in Proxies umwandelt. Dieser Dienst könnte dann die Final Cut XML generieren, die dann, zusammen mit den neuen Proxies, an die Mediathek des Editors gesendet und in das richtige Ereignis importiert werden könnten. Später, nachdem der Editor das Originalmaterial erhalten hat, kann er es für die Ausgabe einfach separat neu verknüpfen. Ziemlich cool. Leider kenne ich zu diesem Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos keine solche App oder keinen solchen Dienst. Aber ich weiß, dass die Macher von Kano zum Beispiel gerade dabei sind, eine bald erscheinende Version mit der Funktion zu versehen und ich bin mir sicher, dass andere folgen werden, wenn sie es noch nicht bereits getan haben. Je nachdem wann du dies hier schaust. Hat dir das ganze geholfen? Dann würde ich mich mega freuen, wenn du dem Kanal und mir mit einem einfachen Daumen hoch oder gar Abo und kleiner Glocke helfen magst, dass ich auch weiterhin solche gratis Tutorials produzieren kann und du sie auch nicht verpasst, wenn sie rauskommen. Dafür jetzt schon ein riesen Dankeschön und ich hoffe, euch im nächsten oder vielleicht in einem dieser Videos wieder zu sehen, die YouTube-Mind ihr auch gesehen haben müsst. Bis dann, bleibt gesund!